Willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video werde ich dir von der perfekten Diät erzählen. Die Diät, mit der du es schaffst, nachhaltig, nicht nur kurzfristig, sondern ein für allemal deine Wunschfigur zu erreichen und wie du eben diese perfekte Diät auch für dich aufbauen kannst. Also, los! Es nicht perfekt zu machen, ist essentiell, wenn du nachhaltig erfolgreich abnehmen möchtest. Und ich sehe so viele Personen, die alles von Anfang an perfekt machen wollen, wenn es ums Atmen geht. Sie beginnen die HCG-Diät oder irgendeine andere Diät, die exakt getaktet ist. In Woche 1 machst du dies, in Woche 2 machst du das, in Woche 3 machst du das. Das ist voll ihr Ding, wenn sie da wirklich 1 zu 1 wirklich alles so umsetzen, dann geht es ihnen gut. Das fällt ihnen leichter, als würden sie nur Dinge zur Hälfte umsetzen. Aber am Ende, 3 Monate, 4, 5, 6, 7 Monate später, wiegen sie trotzdem genauso viel, fast genauso viel oder sogar mehr als vorher. Und was ich dir hier in dieser Folge sagen möchte, ist, dass es eine perfekte Diät so nicht gibt, beziehungsweise perfekt hier nicht das ist, was du denkst, was perfekt ist. Weil gerade wenn es um das Thema Abnehmen geht, ist das Nicht-Perfekte das Perfekte. Das Perfekte in Sachen Abnehmen ist dann, wenn du es trotz Ausnahmen, wenn du es trotz deinem Wein am Abend, wenn du es trotz Restaurantessen, trotz Oma-Einladung schaffst, kontinuierlich Stück für Stück abzunehmen. Das ist vielleicht nicht die schnellste Abnahme, aber die perfekte Abnahme ist eben nicht die schnellste Abnahme. Die perfekte Abnahme ist eben die, die du auch noch in 5, in 10, in 20 oder 25 Jahren so oder so ähnlich umsetzen kannst. Und eine Low-Carb-Diät oder eine HCG-Diät oder eine Stoffwechselkur oder ein 8-Wochen- oder ein 10-Wochen-Programm ist fast das komplette Gegenteil von einer perfekten Diät. Und ich möchte dieses Wort Diät gar nicht in den Mund nehmen, sondern von einer perfekten Abnahme oder von einer perfekten Reise zu deiner Wurfelfigur. Und wenn wir das jetzt ummünzen, das Wort Diät, in perfekte Reise zu einer Wurfelfigur, dann merkt man auch schon, okay, das kann gar nicht so zusammenpassen, weil eine perfekte Reise zur Wurfelfigur klingt für mich schon einfach widersprüchlich zu den Worten wie HCG-Diät, Stoffwechselkur und so weiter. Aber gehen wir mal näher wieder auf die perfekte Diät ein. Und ich habe gesagt, die perfekte Diät besteht aus Dingen, die eben die Abnahme eben nicht geradlinig machen, so gesehen nicht perfekt machen. Die perfekte Diät besteht eben aus Dingen, die immer wieder in dein Leben eintreten werden. Eine perfekte Diät enthält riesige Stresssituationen. Eine perfekte Diät enthält Weihnachten. Eine perfekte Diät enthält Einladungen. Eine perfekte Diät enthält 12, 14 Stunden Arbeitstage. Und eine perfekte Diät enthält eben auch kleine, immer wieder kleine Misserfolge. Immer wieder Dinge, die nicht so klappen, wie sie eigentlich hätten klappen sollen. Aber wenn man dann eben weiter rauszoomt und einen Zeitraum von 2, 3, 4 Wochen betrachtet, trotzdem sieht, dass es kontinuierlich vorangegangen ist. Und das ist der perfekte Weg, der eben auf den ersten Blick sehr, sehr unperfekt aussieht. Und das passt eben auch zu dem Thema, ja so ein bisschen passt es zu dem Thema Neujahrsvorsätze. Ich habe letztens eine Umfrage gemacht bei Instagram. Versuchst du jetzt noch im November erfolgreich Gewicht zu verlieren oder verschiebst du das Ganze auf das Neujahr 2021? Und es haben überraschend viele auf 2021 geklickt. Und ich habe die Person persönlich angeschrieben und nachgefragt, hey, wieso nicht jetzt? Ja, jetzt ist wieder Corona und super viel Stress und Fitnessstudios haben wir zu. Und dann kann ich meine Figur sowieso nicht erreichen. Ich muss gerade im November so viel arbeiten. Und dann kommt Weihnachten, dann mache ich es lieber im Neujahr. Und das ist eben einfach zum Scheitern verurteilt. Und ja, ich meine, schlussendlich ist es dem Person selbst überlassen. Aber du wirst niemals mit dieser Einstellung, kann ja sein, dass die Einstellung sich dann irgendwann ändert, aber mit dieser Einstellung wirst du es garantiert niemals schaffen, nachhaltig abzunehmen. Und dein Versuch 2021 wird wieder wie die vorigen Versuche enden, weil sich in deinem Kopf eben nichts geändert hat. Und du nicht verstanden hast, dass es beim nachhaltig abnehmen eben nicht, nicht um eine perfekt geradlinige Abnahme geht, die eben nur, an Anführungsstrichen, perfekte Tage hat. Nein, darum geht es nicht. Es wäre sogar der perfekte Zeitpunkt, im November zu starten, trotz Corona, weil du dann einmal lernst, wie du damit umgehst und vielleicht deine Abnahme eben nicht oder mit vielen Ausnahmen versehen ist. Und dann kommt noch Weihnachten. Einen besseren Zeitpunkt gibt es im Prinzip nicht, weil dort wird sich ja wirklich zeigen, ob die Dinge, die du tust, alltagstauglich sind oder ob sie es nicht sind. Ob du dir da eine Märchendiät zusammengebastelt hast, eine Märchenabnahme, die aber in der Realität, im wirklichen Arbeitsalltag, im wirklichen Alltag gar nicht so funktionieren würde, oder ob diese Strategien, die du anwendest, wirklich, ich sag mal, den Test der Zeit bestehen würden, bestanden haben. Und ja, im gleichen Zug möchte ich eigentlich die Leute beglückwünschen, die eben gesagt haben, ja, es ist wirklich egal, wann ich beginne und wenn ich etwas ändern möchte, dann muss ich es jetzt tun, ganz egal, welche Umstände um mich herum sind, ganz egal, was bevorsteht. Ich muss es einfach jetzt anpacken und jetzt schon einfach bereits das Beste daraus machen. Das ist wie die Leute, die, ja, nehmen wir jetzt mal direkt hier dieses YouTube-Video oder wo auch immer ich das hochstelle, die direkt hier die perfekte Kamera haben wollen, das perfekte Mikrofon haben wollen, die perfekten Lichter haben wollen, um das erste Video zu machen. Und das ist eben genau der gleiche Quatsch. Denn dann wirst du wahrscheinlich nie starten und es wird trotzdem nicht perfekt sein. Am besten, du startest eben einfach irgendwie. Und wenn du die ältesten Videos von uns schaust, dann habe ich wahrscheinlich mit dem Handy, ich habe häufig YouTube-Videos mit Handys gemacht und das ist jetzt auch noch nicht bei weitem perfekt. Perfekt wird es nie sein. Aber das Wichtigste ist es eben einfach irgendwo, einfach zu beginnen, irgendwo zu sagen, okay, ich möchte es machen. Also wie kann ich schnellstmöglich beginnen? Und das ist eben der perfekte Weg, die perfekte Abnahme. Danke fürs Zuhören und wir hören oder sehen uns in einer nächsten Folge. Bis dahin.